Ich hatte ja gemeint, wir gehen ein paar 40, 50 Meter zurück und stehen nicht an der Tür rum. Ja, ich bin nicht so, erst einmal. Ich komm nicht hin, komm nicht, geh jetzt bin ich komplett hin. Er steht an der Tür. Ich wollte mal schauen. Das Scham war mein Verhängnis. Ja, was schaust du denn auch? Ja. Ich bin doch noch alleine hier draußen, oder was? Er läuft wieder in den Heilerkreis, Beinung. Wo bist du denn? Ach, woher? Wo bist du denn? Ich sag gar nicht, ich bin 40, 50 Meter zurückgelassen. Nee, dann lass mich rein, jedenfalls. Ich gebe auf. Feigheit vor der Flucht hier zu den Fallen. Nee, der... sich zurückziehen, 100 Meter und die beide stehen da vorne und kämpfen. Ich sag's jetzt, habe ich es das dritte Mal gesagt? Ja. Das bringt mich, warum soll ich da in den in den Kreis rein schießen, wo die ihren Heilungskoffer aufgebaut haben? Der war ja weg, der Heilungskoffer. Unlogisch. Der war ja weg jetzt. Ja, dann stellen sie dem Nächsten auf. Ja, wir brauchen gar nicht die Etage 1 laufen, weil kommen ja mehr wie der Gegner. Leg die Penner um! Leg die Penner um! Ziel ist hier! Nicht mal, ich werde auf! Oh Drei Stück, ein Panzer, ein Panzer und ein Hund, drei Mann, kommen hier die Latschen, ich will mich weg, und ich muss es mir gefallen lassen. Oh, das Propeller, den fließt ja auch in der Decke. Rimm, rimm, rimm. Der Hund ist unten, ne? Ich weiß ja, wo der Hund hingrandet, mit dem wir durcheinander. Und unten. Und unten, und oben ist aber auch noch irgendwo. Na, komm her, Drohne. Nein, sie kommt wieder nicht her. So. Ist ein weiter Weg, den ich zulegen muss. Mache ich erstmal hier was raus. Wissen. Wissen. Mit dir auch wieder Spaß habt. Wissen. 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 in die Tür reinstellen. So macht man das. Hast du das gesehen, Terra? Ja, wir sind aber ein Team. Wir sind aber ein Team und ziehen uns nicht hier einfach zurück. Zurückziehen? Wenn ihr nicht folgt, was soll ich machen? Soll ich mich auch nicht hinstellen? Das ist halt auch legendär leider so, dass man die rauslocken muss aus dem Raum, wo sie sind und nicht wir zu denen gehen. Ich habe ein Ziel. Ich habe ein Ziel. Ich habe mich wieder hinterher noch einmal geschossen auf mich, wo es auch wiederbeleben war. Das war einfach. Nein. Ich bin mir geist zu wieder. Ich hoffe, diese Scheiß-Fühlenbefehl. Ich habe wieder so einen Koffer. Ja, gewöhne ich daran, er werde nicht mehr Koffer werden. nein. Ich probiere mal durchzuhalten, durch dieses Ding durchzuhalten. Ach ja. Das könnte eigentlich funktionieren. Nein, ich kann eigentlich funktionieren. Nein, ich kann nicht solarisieren. Nein, Panzer. Nein, ich habe nix nicht zu. Oh, Wahnsinn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 hier hey, der Ding ist gleich rund Das musst du halt die Drohne machen. Ja, ja, gut, aber eil dich! Du hast kein Schütz mehr und kein Sonnigs mehr. Heil doch! Ja, ja, gut! Oh ja. Aber der Köder, der hält schon ein bisschen die Leute auch, äh, längst ja auch ein bisschen ab. Das Licht ist auch kreuzlich. Ja, ja, wir scheiteln. Die alten Schaden, Fälligkeiten, dann kommt Waffenbindeln drauf. Scheitlich. Ja, scheitlich. Ja, das ist nicht das Dich, nicht. Bist du plötzlich im Schüssel gefunden? Ja. Hast du gehört? Ja, ja, dann sammeln ihn ein. Ja, ja. Nimm dann mit. Nimm dann doch mit, ne. Au! Au, 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 du bist ja wohl... Ich hab das gar nicht gemerkt, dass der da unterfahnt. Ja, ja. Ab und zu gibt's in den Gängen mal so ne Überraschung. Du hast ja auch dein Dings Radar. Ne, er schaut aufs Radar. Ich sowieso nicht. Oder fast nicht. Ja, ich ja auch. Also... Ja, es gibt halt so Unterschiede. Der eine stirbt, der andere nicht. Das ist eigentlich, ich weiß es nicht. Äh, wenn der Summit auf, auf, äh, legendär ist. Ist das nur Backtask? Ja. Ja. Ich glaub, LKG ist immer wo es ist. Backtask, ja. Hm. Kann ich's da mit Drohne wegpacken? Die sind im anderen Raum. Hm. Und die wieder. Gut. So. Bereit? Bereit. Eure Drohne? Okay. Bei ihm sprechen sie überm Kopf. Und bei mir ist sie noch eingepackt. Ne, ist sie nicht. Nein, Olaf. Nein, Olaf, deine Drohne ist nicht eingepackt. Ja, ich seh's gerade. Ja. Ja, jetzt. Warte, die ist jetzt noch nicht fertig. Hm. Die Geisel schützen, das hat schon angefangen. Irgendwie haben wir die getriggert. Ja. 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 Fangen wir gleich wieder bei eins an. Ich könnte auch aufmachen, vielleicht haben wir noch Glück. Ja. 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 Die ganze Zeit immer der Terra steht da vorne im Geburtstag. Ja. An der vordersten Front. Ja. Die ganze Zeit immer der Terra steht da vorne im Geburtstag. Wie ein Großer, oder? Ja. Genau, es ist vorbei. Das war mal der Olaf. Er hat die hat sie mir gesagt. Es ist vorbei. Der Agent ist wieder fit. Die Agent ist wieder fit. Haben wir irgendwo einen Fit machen? Ja. Das ist der Terror, Olaf. Nicht auf dem Terror. Sein Hologramm ist das bloß. Das ist der Hologramm. Ja, aber... Du musst auf die schießen, die einen roten, einen lila oder einen gelben Balken über dem Kopf haben. Die auch auf die... Genau, schießt auf den Gegner. Hahaha. Der sitzt. Der ist fest. Der sitzt doch fest. Wo fühlst du denn? Boah, nee, ne? Bund. Das schafft doch die Geise nie. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Der ist so genau von der Tür. Genau in meinem Sichtfeld hat er den da reingestellt. Super. Wenn die auf den schießen, kriege ich die ganzen Kugeln in die Fresse. Ja, nee. Ich hab einfach so weit gekriegt, dass ich reingestellt. Danke, Hund. Gesundheit der Geisel ist kritisch. Wiederbeleben. Äh, jetzt sitzt du da. Kann ich. Nee, die Geisel müssen wir wiederbeleben. Wo liegt die? Ja, doch. Der Kuh, ich bin ja da. Jetzt rennt er hin. Ich steh hier in der Ecke. Jetzt läuft die wieder dahin zum nächsten. Hallo, hier bin die, lass mich töten. Ja. Blöde Kuh. Schau. 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 Die Dämpel! Die ist doch so doof, wenn der mit so einem feinen Tick ist. Ja, weil die eine Megapistole in der Hand hat. Ja, Megapistole. Die, 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 die denkt sich, ich würde so erinnern. Und die haue ich doch in den Pistolenkolben um die Ohren. Genau. Die Frau. Aber die sagt doch kein Wort von Dacke Schöne, oder sowas. Nee, nee. Nee, die ist echt, äh... Ja, wir müssen eh da hoch, ne, ja. Geht das oben weiter? Ja. Ja, ja, wir müssen hier die Treppe hoch. Die Treppe hoch. Die Treppe hoch. Die Treppe, genau. Die Treppe. So, ich glaube, ich bleibe da, aber das Tudi hier ist gut. Ach, da ist hier der Raum, ne, wo die Kiste drin ist. Oder? Oder nicht? Nee, dann, jetzt gibt Pfiffen, dann jetzt gibt ihn. Wo die Kiste ist. Nicht, nicht der Ziefraum. Achso. Sehen freut sie nicht. So. Nee, war doch nicht. Da ist jetzt die da. Kiste piep. Nee, die gibt's doch, äh... Wenn Checkbank ist. Ja, immer vorm Checkpoint. Und... Sechs ist, glaube ich, Checkpoint. Die Sechs? Nicht die drei? Ich spür's die andere ja schon. Ja, ja, ja. Komm, komm. Haben wir denn vom Mod? Na ja. Gott. Was ist denn hier von der Trainier? Du, 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 du. Die Ruhmutzersänder. Der Regenbogenlut. Der Regenbogenlut, der macht so gut. Der Regenbogenlut. Und jedem Stückchen ein bisschen... ...Geld, Blau und Rot. Ich nehm mal ein Schild rein... Ihr habt ja Drohne, ne? Ich hab Drohne! Warten wir noch ein bissel mal, wie die Beleber ist dann den ganzen Tag. Ok. Ah, ich mach hier erstmal kurz Aufnahmen und stoppen. Dabei sitzt ich, muss ich mal schneiden müssen. Ja.